Oh, dieser dumme, dumme, dumme Junge! Was ist denn los? Das ist von John, er hat geheiratet, diese... Katogizin? Prima Ballerina! Diese... Professorin? Lächeln, Marion. Mir ist nicht nach Lächeln zumut. Du bist Engländerin, tu so. Das ist meine Frau. Herzlich willkommen. Ich bin wirklich überglücklich. Sie sind Amerikanerin. Sie hat als erste Frau in Monte Carlo gewonnen. Das ist doch wirklich eine Leistung. Ich kenne noch so eine Frau, eure Mutter. Sie seht ihr an! Was soll ich mit so einem Waldstück anfangen? Aufhängen? Das ist wirklich sehr witzig. Bitte, Schatz, spiel mit mir. Geh du nur, Schatz, ich vergnüge mich mit dir allein. Diese Frau hat unseren Sohn belogen und ihn ausgenutzt. Eine unverbindliche Affäre hätten sie wohl lieber gesehen. Ja, das wäre angemessener gewesen. Monte! Pass dich nicht an, verzauber sie dadurch, wie du bist. Ungeheuerlich. Das bin ich. Ich habe einem Spanier Modell gesessen. Erstaunlich. Sexball, Sexball. Wir wünschen keine weiteren Beweise ihrer fragwürdigen Moral. Wie sie wünschen. Du schmunzelst, Jim. Ich würde nie auf die Idee kommen, zu schmunzeln. Mich hier zu Hause zu fühlen, dazu zu gehören. Dann nehmen sie bestimmt auch an der Jagd teil. Prima, John. Prima, John. Und? Sie sitzt im Sattel, oder nicht? Wollen Sie wirklich so viele Liebhaber, wie die Leute sagen? Gott bewahre. Nein. Bei fast keinem dieser Männer war Liebe im Spiel. Ihr Verhalten ist skandalös. Wann findet dieses Gemetzel statt? Wann findet dieses Gemetzel statt? Untertitelung des ZDF, 2020